Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute mit Emily. Und was machen wir heute, Emily? Ein Fotoshooting? Genau. Dieses ausgeklügelte Konzept haben wir uns zusammen überlegt. Und zwar haben wir heute mal gedacht, wir machen das mit so ganz neutralen Hintergründen und so richtig clean und crispy. Das habe ich in letzter Zeit öfter gesehen. So richtig schön gephotoshoppte, schöne Bilder und dann perfekt mit einem wunderschön passenden Blumenstrauß, den wir extra für Emily gekauft haben, der sehr gut zu ihr passt. So, hallo, herzlich willkommen zurück auf diesem YouTube-Kanal. Und zwar, wie ich eben schon sagte, gibt es heute ein kleines Fotoshooting mit einem neutralen Hintergrund. Und hier sieht man auch, wie wir das gerade aufgebaut haben. Also es sind zwei Lampen, eine ganz softe und eine leicht gerichtete. Und wir haben diesen neutral beigemäßigen Hintergrund, der auch ganz gut zu den Blumen passt. Und dann habe ich eben hier noch die Lichter so ein bisschen umgestellt, bis mir das Licht im Gesicht gut gefallen hat. Zu den Posen haben wir versucht, mit dem Blumenstaus zu interagieren und haben sie dann nach und nach auch immer weiter auseinander gepopelt und auch mal eben die Blumen in die Haare gemacht und so weiter. Und hier sieht man jetzt auch immer die Bilder, wie sie praktisch aus der Kamera rausgekommen sind. Und danach noch mit einem kleinen Filter. Damit wir mehr Dynamik im Bild haben, hat sie ab und zu auch mal die Hände nach oben genommen. Die Blickrichtung geht oft einfach in den Licht, damit wir einfach auch einen schönen Glanz in den Augen haben. Und es gibt natürlich auch ein paar schöne Schwarz-Weiß-Versionen. Ja, was auch immer ganz wichtig ist, wenn man dem Model ab und zu die Bilder zeigt, damit sie einfach weiß, okay, es ist alles im grünen Bereich und wir können in die Richtung weitermachen oder Feedback gibt, damit man einfach sieht, okay, das gefällt ihr noch nicht so gut, da können wir vielleicht noch ein bisschen verbessern. Bis zum nächsten Mal. Ja, nachdem wir dann alle Fotos abfotografiert haben und verschiedene Posen ausprobiert haben und den ganzen Strauß komplett auseinandergerupft haben, ging es dann auch schon weiter an die Bildauswahl. Da habe ich mir nämlich nochmal von allen Fotos die allercoolsten meiner Meinung nach ausgesucht und die dann auch einfach nochmal ein bisschen mehr bearbeitet. Das sieht man hier auch in den Photoshop-Aufnahmen. Also zum Beispiel die Haut ein bisschen feiner gemacht, die Augenbrauen ein bisschen gezupft. Das kann man jetzt hier auch ganz gut sehen. Hier in Photoshop war das eigentlich immer das gleiche Vorgehen. Also ich habe die ganze Haut zauber gemacht, habe kontrolliert, dass alles sonst auch passt. Kleinigkeiten, Schüppchen oder die Brosche weggepopelt. Dann habe ich mir noch überlegt, okay, wie kann man die künstlichen Intelligenztools wieder einsetzen und habe da auch wieder einfach mal reingebastelt und habe dann da verschiedene Pflanzen eingebaut oder beziehungsweise verschiedene Pflanzen generieren lassen, dass es einfach noch ein bisschen besser zu dem Blumenstrauß passt und ein bisschen was Besonderes ist. Und das könnt ihr jetzt hier gleich sehen. Ja, das Schöne ist ja auch, wenn ihr irgendwelche Pflanzen generieren lasst durch Photoshop, dann habt ihr auch verschiedene Vorschläge und ihr könnt euch ja immer den coolsten aussuchen, der euch am besten gefällt. Deshalb, mir macht das besonders viel Spaß und dadurch, dass man auch immer so drauf warten muss, ist es immer so ein bisschen aufgeregt und freut sich so, oh, was wird Photoshop heute zaubern. Ja, also natürlich war das wieder die Photoshop Beta. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, könnt ihr gerne das Video über künstliche Intelligenz für Fotografinnen anschauen. Das ist auch auf meinem YouTube-Kanal oder hier in der Infocard. Hier bei einem Bild hat mir übrigens die KI vorgeschlagen, einfach mal eine andere Hintergrundfarbe zu machen und das fand ich dann so cool, dass ich es auch einfach drin gelassen habe. Also deshalb gibt es auch noch diesen Aubergine-Ton. Gefällt mir auch sehr gut und ist mal was ganz anderes und ich finde, dafür, dass es einfach automatisch generiert ist, hat das ja wirklich ein gutes Ergebnis rausgeworfen. Ja, und hier sieht man einfach nochmal die Bildbearbeitung, also praktisch immer das gleiche Vorgehen. Haut ein bisschen sauberer oder ein bisschen weicher machen, die verschmierte Schminke noch ein bisschen wegräumen, hier und da ein bisschen ziehen, Farben anpassen, dann ein bisschen Schatten und Licht setzen, ein bisschen Colorgrading und dann mit KI noch dran rumbasteln. Und hier haben wir das nächste Ergebnis. Tada! Okay, also hier nochmal die fünf Bilder, die ich nochmal ein bisschen ausgiebiger bearbeitet habe mit Vorher-Nachher-Bildern. Die Nummer drei. Die Nummer vier. Die Nummer fünf. Tada! So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, die Ergebnisse haben euch gefallen. Wir haben sie jetzt noch nicht gesehen, aber wir gucken sie uns dann gemeinsam an. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin! Und wenn es euch gefallen hat, was gerne ein Like oder Kommentar da. Wir würden uns über alles freuen. Tschau und tschüss! Und Emily hat natürlich auch Instagram und TikTok und YouTube. Twitter, YouTube, Twitch. Genau, ich verlinke... LinkedIn, die Liste geht weiter. Ich verlinke euch alles in die Infobox. Gut, bis zum nächsten Video. Tschüss!